Freut mich, dass ihr alle am Start seid, Leute. Und jetzt nochmal alle. Auch wenn ich Broski boxe. Und da gibt es nichts zu haten. 8 zu 0, das kommt mal vorher. King of Fatal. Ähm, ja, also. Wir hoffen natürlich auf Lightning Rounds. Ich hoffe auf weitere Special Packs. Wir haben hier noch 20 Minuten diese Packs. Die werden wir auf jeden Fall aufmachen. Und dann, ich möchte heute wirklich. Ich will eskalieren, Leute. Ich will absolut eskalieren mit den Inform Packs. No, ich mach keinen Witz. Ich will da eskalieren mit euch zusammen. Ich mach auch keinen Witz, wenn ich sage, dass ich noch keine vorbereitet habe, weil ich absolut keine Zeit hatte. Let's go, erstes 50k Pack. Komm schon, EA Sports. Ich hab schon 50k Pack aufgemacht, oder? Und jetzt würde ich sagen, let's fucking go. Nächstes 50k Set. Wenn du mir keinen Schlitz gibst, dann bin ich schon sehr, sehr... ...in Toll. Let's go in Form. Komm! Und jetzt ein Arturo. Jetzt ein... Oh, dieser Idiot von Ajax. Ja, gut. Warum trinkst du Red Bull? Nein, zu RB, Jungs. Das ist mir vollkommen egal. Wenn ich Red Bull trinke, hat es nichts mit Fußball oder sonst was, weiß ich, zu tun. Oh, 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 oh. Double in Form, baby. Beide scheiße. Koulibaly, Devriech. Okay, das ist eins, der... Das ist gar nicht mal so schlecht jetzt, das 50k Set. Komm, zeig durch Schleiz. Komm. Push dich. Let's go. Jetzt keine absolute Scheiße, bitte. Isco 86. Geht doch. Fünf Minuten noch. Letztes 50k Set. Dann haben wir schon wieder 5000 Points verzogen. Komm schon. Wenigstens ein Schlitz. Aber leider keine Special... Keine Icon-Branerien. Komm, nächstes 55er. Oh! Oh, ich dachte, das ist meine Ikone. Komm. Raphael. Ei, 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 ei. War ein guter Mann, guter Mann. Cola-Werbung. Oh, die Weihnachtszeit kommt wieder. Cola-Werbung saftet hoffentlich gut ab, Alter. Wie eine fette Weinberg-Schnecke, Mann. Ey, schon wieder nur 27.000. Ich habe gerade eben mit 39.000 gestartet. Ist das jetzt Real Rap, Alter? Krass. Ich gehe wieder so schnell runter. Oh, P-P. Nehme ich mit 86. Ich glaube, die saften gut ab, die 86er. When I am with you. Da gibt es keinen Platz, den ich lieber mag. Zeig den Schlitz doch mal her. Und gib mir was Gutes. Ah, Miranda 86. Das ist aber gerade hier Stabilo wie ein Stift, meine Freunde. Und Monkey D. Goku. Goku hat gesappt. Das Top 100-Pack würde eh nicht viel bringen nächste Woche. Also, let's go. Zeig ihn. Auf meine Nacken des Back. Komm, bitte, 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 bitte. Komm. Ja, du. Jetzt bitte, wir müssen den Magic Fingers. Magic Fingers und Schlitz. Ich glaube, das haben wir noch nicht zusammen ausprobiert als magische Mischung. Bitte, kein Dante. Bitte, kein Holländer. Kein Brasilianer, kein Holländer, kein Deutscher. Das wäre schon mal nicht schlecht, oder? 5, 4, 3, 2, 1. Nur der HSV 97. Das Pack ist für dich. Gib mir bitte einmal frühes Pack lang, ohne dass wir 100 Stück davon ziehen müssen. Schade, 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 Alter. Ich habe mir auch ein Video von Dependence angeguckt. Der hat irgendwie 15 von denen gemacht. Und da war irgendwie 6x Danto oder sowas drin. Den zieht man auch andauernd in den Packs, ey. Letztes 55k-Set. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Ja, komm. Iniesta. Ach, 87. Für SBCs ist das durchaus stabilo. Da habe ich kein... Oh, Pucki in Form. Der gute alte Pucki. Wer kennt noch Timo Pucki, die Legende? 100.000er Lightning Round. Let's go. Komm. Push dich, EA Sports. Komm schon. Gib mir bitte mehr als zwei Packs. Schleiz. Werderfeld 24. Danke schon für den Zauf. Willkommen im Team. Morata. Scheiße. Werden die schnell weggehen, oder werden die nicht schnell weggehen? Alter, was? Das waren 100.000. Wollt ihr mich verarschen? Komm. Ich will die Icon, Mann. Fuck. In Form. Oh. Ich werde keins mehr kriegen. Ich werde keins mehr kriegen. Doch. Ja, bitte. Yes. 30.000 waren es. Ach so. Und ich mache hier voll. Ich mache hier voll den... Alaba. Boom. Boom. 120 K in the Bank. Let's fucking go. Zwei Inbox Alaba Marquinhos. Was für ein Pack, Mann. Weiter, weiter, weiter. Das war stabil. 125er werden wahrscheinlich auch noch kommen. Aber ich öffne jetzt die 100.000er, ganz ehrlich. Keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht warte ich dann auch nach noch. Vielleicht warte ich auch auf die 125er. Ich lasse mir noch 10.000 oder sowas über. Oder ich lade halt nochmal auf. Ah. Pedro. Scheiße. Können wir noch eins? Nee. Einen von den großen vier gleich 100 Euro PSN. Also 100 Euro VGO-Gutschein. Sagen wir es einfach ganz einfach. Gute Laune ist wichtig, Freunde. Und dann geht es jetzt los. 5, 4, 3, 2, 1. Schwellespack für dich, Bro. Einen von den vier großen, Digger. Gönn ihn mir. Gönn ihn mir. Bitte, Brasco. Schade, ich bin in Frieden. Auf deine Nacken. Bitte, bitte. Gönn EA Sports. Gönn. Gönn. Brauche, ich brauche 83 Plus-Spieler. Push dich, Mon Amour. Pull. In Form. Boah, ich dachte schon. Jungs, ich will diese Ikone, Alter. Und Nr. 3 heute. Run-Rover-Zieler. 125er, 60.000. Let's fucking go. Let's fucking go. Kommt schon. Kommt schon. Jawohl. Ja. 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 Na klar. Sehr schön. Let's go, Mann. 100k. Komm. Alter. Oh, und Zieler. Du alter Bastard. Zieler. Wirklich. Okay, Transferliste 82. Sehr schön. Die waren letztes Mal innerhalb von einer Minute weg. Also, sollte gehen. Ich glaube, so viele Points haben wir nicht mehr. So viel, wie wir hier gerade öffnen. Aber ihr könnt ja aufladen, aufladen, aufladen. Komm. Modric, bitte. Einmal im Leben. Einmal im Leben. Einmal im Leben. Ja. Das erste Mal. Luca, 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 Modric. Let's fucking go, Mann. Da ist er gekommen. Yes, Baby. Und der In-Form dazu. Du, der Bann mit Luca Modric ist sowas von gebrochen, Alter. Weiter. 47.000 noch. Wir haben schon wieder nur 12.000. Die 100 Euro, die ich gerade aufgeladen habe, sind wegverfickte Scheiße. Und jetzt gib mir die Ikone, Mann. Marquinhos. Thiago Silva. Thiago Silva. Yes. Die gönnen. Die gönnen. Die gönnen am Cyber Monday. Ich muss gleich nochmal aufladen, Alter. Huh. Komm. Nächster. Komm schon. Jetzt gönnen. Gönnen. In-Form. In-Form. Bitte. 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 Du alter Hundesohn. Aber da kann doch immer was dahinter sein. Oder auch nicht. 40.000 noch. Okay. Das ist vom Timing her ganz gut eigentlich. Vom Timing her läuft's. Komm, jetzt so ein Neujahr. In-Form. So ein Neujahr oder sowas, Alter. Brasilien-Torwart schon wieder. Mann. Neto. Fuck, Alter. Rip my money, Alter. Ripperino mein Portemonnaie. In-Form. Komm schon. Pusch dich. Pusch dich. Pusch dich. Fick dich doch, du alter Zieler-Hundesohn. Oh. Die Ikone, Jungs. Die Ikone muss kommen. Aber nicht so. Fuck. Marcelo. Bitte, Marcelo. Marcelo. Yes. Sieben. Was ist der Wert, Mann? Let's fucking go. Sehr schön. Die Coins kommen. Die Coins kommen. Oh, was mach ich hier, Mann? Das ist doch kein Team of the Year, Benji. Die gehen gar nicht weg. Oh, mein Geld. In-Form. Ich will die Ikone. Oh. Hört mir auf. Wirklich. Hört mir auf mit so einem Dante. Hört mir auf mit so einem Dante, Mois. Let's fucking go. Holy Macaroni. Und noch ein Baka-Yoko. Alter, Walter. Jetzt muss, es muss knallen. Es muss knallen. Es muss knallen, Mann. Ein End. Nur Brasilianer. Tiago. David Luiz. Jetzt geht's aber los, Mann. Auch easy 70k in the bank. Oki doki. Oki doki. Es geht ja. Es geht doch. Es geht doch. Ihr seht gerade einem Süchtigen beim Stream zu. Und das ist nichts anderes. Aber ich versuche es euch irgendwie zurückzugeben. Dafür, dass ihr heute auch so viele Subs da gelassen habt, Jungs. Es weiß ich ja wirklich sehr zu schätzen. Zeig dir Schleiz. Komm schon. Zeig dir. Ey. Jungs, wie viele Brasilianer ziehen wir noch? Miranda. 86. Toll. Aber wieso denn nur Brasilianer? Können wir mal bitte einen Icon-Brasilianer ziehen? Ah. Eine Icon. Mann. Wieder ein Scheiß-Inform. Den keinen juckt, Alter. Ey. Neto werde ich nur heute Nacht aufsuchen. Genauso wie Zieler. Und sie beide abschnitzen. Tausend Schnittknochen. Wir haben nur noch drei. Danach können wir noch ein einziges machen, Alter. Ich bin durch, Alter. Das ist richtig, richtig traurig. Let's fucking go, Mann. Let's fucking go. Ich weiß nicht mehr, was der Wert ist. Aber bestimmt 200k, Mann. Let's go. Komm, komm, komm. So muss das sein. Und Matuidi. Und Isco und Lenu. Und William. Let's go. 250k nochmal. Sehr, sehr schön. Zeig dir Schliiitz in den Chat. Zeig dir Schliiitz. FIFA, bitte. Zeig dir Schliiitz. Zeig dir Schliiitz. Zeig dir Schliiitz. Zeig dir Schliiitz. Jetzt für Darida Cola 99. Das war's auf jeden Fall schon mal nicht. Gehst du mir Dagi, gibst du mir Dagi, gibst du mir Dagi. Gehst du mir Dagi, gibst du mir Dagi, gibst du mir Dagi. Du weißt genau, ich werde schwarz. Wenn du's mir von hinten machst. Gehst du mir Dagi. Gut. Ja, so meine. Sehr, verdammt Herren. Magic Fingers in den Chat, Jung. In den Chat, Jungs. Gehen. 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 Bitte. Gehen. 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 It happens so fast. I peck you Nitto for glory. Schliitz, 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 schliitz. Go, go, go. Go, 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 go. Ja, gut. Ich, wie ihr mich, ich werde, ich, ich höre ganz sicher nicht mit diesen Packs auf, bevor ich aus dem was ziehe, was ansatzweise akzeptabel ist, damit wir uns damit mal alle einig sind, ja? Push dich, Packlack, Packlack, push dich, Mance, never hot, never hot, komm. Einen von den Größeren, bitte kein Bastard, Mance, not hot. Immerhin kein Duplikat. Ach, stimmt, ja, ist ja Traded. Ah, doch, Duplikat. Oh, jetzt ist all of the light. So muss ich das Fünf-Sieger auch noch raushauen, komm. Ja, ist ja, ah, ich weiß nicht. Oh, stimmt, ich hätte Scores sein können. Ich habe gerade überlegt, wer ist der andere Große, den ich da ziehen kann? Ich habe aber gerade so lange überlegt, wer ist nochmal, ich habe nur an Cavani gedacht, ach so, wer ist nochmal der andere Uruguayer? Wer ist nochmal der andere Uruguayer? Ja, bitte wieder, bitte nach Ingo lang. Na klar. Bitte, 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 bitte. Du Hugensohn, du Pietsch. Komm schon, EA! Also Achtung, ich ziehe jetzt Pogba, Jungs. Ich ziehe jetzt Pogba. Ja, lächerlich, wenn es nur nein gelandet ist. Ja, würde ich mich noch mehr freuen. Solange es kein Zieler ist, ist alles gut eigentlich. Natürlich. Brasilien, Torwart Neto, Alter. Oh, mein. Bitte, 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 bitte. Bitte. Ich kriege einen Anfall, Jungs, ich kriege einen Anfall. Jetzt ein Banger. Irgendwie sowas wie was Gutes. Ja, Schleiz, sehr schön. Komm. Spanier. Ey, Fabregas. Reicht, so gut. Wenn ich jetzt noch einen Schleiz kriege, wäre schön. 55-prozentige Wahrscheinlichkeit und ich kriege ihn in Form, glaube ich. Yo. Wen gibt's da? Brasilien? In Dante. Dante. Ey, aber in dem Upgrade-Pack. Ja, ist doch nice. I'll take that, Alter. Ich bin jetzt ready für das Einachsprecher. Einer der großen vier und ich tanze auf dem Tisch. Jawohl, Schlitz. Nee. Nee. Dann geh mal rein, den Platz. Du darfst raten, bin ich bezogen. Äh, Zieler. Leto. Fängt mit A an, hört mit De Bajor auf. Bengel, komm schon. Zeig dir Schleiz. Gib mir den Brasilien. Liga-Flügel. Neymar. Kein Schlitz, 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 Schlitz. Ich hab einen. Frankreich. Stürmer. Ey, Papi, ich muss ich das... Nein. Nein. Das zweite Mal. Das dritte Mal gezogen. Das zweite Mal muss ich ihn diskarten. Let's go. Mann. Wir warten auf die nächste Lightning-Round. Punkt, aus, Ende. Jetzt geht der ist mal in vorm Pack. Jetzt, Pogba, dann lade ich 200 Euro auf. Brasilien. Torwart. Ja, geil. Der Weiber hoch die Hände. Wochenende. Ey. Leo, 2002 S. Dankeschön für den Reset, falls ihr nicht gesehen habt. Vielen, vielen lieben Dank. Oh, ich hab noch dieses Premium-Pack. Da kriegt man mehr Schlitze drin, als in den Grade, Alter. Krankreich. Nee, Alter. Nein, Alter. Nein, Alter. Hello, darkness, my old friend. Hey, das geht's nicht, Alter. Ich baller den das nächste Mal einfach in die SBC rein, dass ich ihn nochmal normal ziehen kann. Ey. Wieso? Oh. Oh, in Form. Komm, und jetzt der Knaller. Zünd den Knaller. Brasilien. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Neto. Du Bastard. Sehen wir es so, ja. Wir bewahren uns dann mehr für die Streams noch unter der Woche auf. Wenn ich nochmal unter der Woche streamen will, was ich irgendwie nie mache, weil ich ein Hund bin. Jawohl, Schlitz. Schlitz. Schiele. LM. Ey, weißt du, wen ich gezogen habe? Nein, laber nicht. Hast du auch? Ja. Let's go, Digga. Let's go, Mann. Komm rein, mein Mann. Nein. Let's go, Mann. Was für ein Pack? Äh, 25er. Der ist da, Junge. Im Fastletzten. Wie viel ist der wert? 120, 130. Oh, I'll take that. Dafür, dass ich Mbappé diskaden musste. Junge, von dem Geld, was ich dir donated habe. Schlitz in den Chat. Komm. Kein Neto, kein Mali und kein Wingdings, bitte. Kein Neto, kein Mali und kein... Und kein, und kein, und kein, und kein, und kein, und kein, und kein Zieler. Komm. Und kein Adebayor. Scheiße. Es ist immerhin kein Neto. Es ist immerhin kein Neto, ja? Gib's mir, Toggi. Gib mir, Schlitzi. Gib mir, Schlitzi. Ich will noch nur nen Schlitz und dieses Lied jetzt sofort bitte ausmachen. Dankeschön. Ist besser als der restliche Scheiß, ja? Ist besser als der restliche Scheiß. Ist auch nur 20k wert, aber die 20k, wisst ihr was? I'll take that. Punkt aus Ende. I'll take that. Ich werde den Stream an dieser Stelle jetzt beenden. Also, Jungs. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Danke, dass ihr alle am Start wart. Tschüssikowski des Zorns. Ciao. Tschüssikowski des Zorns. 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 Vielen Dank.